Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faktorio mit dem guten Grunchko und meiner Wenigkeit, dem Hackpart. Wir haben uns jetzt entschlossen mal ein bisschen auf die Öko-Tour zu gehen. In der letzten Folge haben wir ja schon relativ viel mit Elektro gemacht. Das wollen wir auch eigentlich beibehalten. Und dementsprechend wandeln wir jetzt in der Folge, denke ich mal, größtenteils alles um und Kohle auf Elektro, damit es hier am Ende keinen Ärger gibt. Ich baue mal zwei Elektroförderer auf jeden Fall. Ich mache hier, den Ofen können wir lassen. Den entferne ich schon mal, dann kann ich... Ich mache den einfach hier hin. Und den zweiten Förderer, den können wir eigentlich hier von daneben anmachen. Der hat aber noch keinen Strom, das heißt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken. Du musst mal gucken, wie weit du rüberkommst, gegebenenfalls. Ich glaube, wenn ich den hier hinsetzen... Hier hin. Zack, und schon haben wir den zweiten Förderer. Und es passt. Einwandfrei. Die Platten werden einfach nur noch so jetzt geschreddert hier ruckzuck. Genau. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, was ich ein Labor baue. Dafür habe ich schon relativ viele Sachen dabei. Ich brauche noch ein paar Eisenplatten, aber dann geht's los. Ich baue mir eben gerade mal noch schon vier Elektrokräne. Holzkisten habe ich auch noch welche am Start. Und dann kann man schon mal anfangen mit den ersten... Ich sag mal... Gedönsie hier. Wir müssen auch mal gucken, ob wir irgendwo sagen, wir wollen irgendwo eine Produktions... Also Fleck haben und irgendwo zum Beispiel ein Laborfleck. Also ein Forschungsfleck oder ob wir sagen... Ne, das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Weil sonst wirst du immer hin und her rennen und wenn du alles auf einen Fleck hast, dann hast du unterschiedliche Produktionszweige und dann geht das durcheinander, glaube ich. Also ich hatte überlegt, dass du da, wo du jetzt gerade so stehst, vielleicht, das ist eine gute Stelle, wo wir wirklich alles so produktionsmäßig machen irgendwie. Okay, ja. Weil dann kriegen wir alles aus allen Ecken im Prinzip fast gleich. Dann könnte man ja hier oben in der Ecke, sag ich mal, wo ich jetzt so ein bisschen stehe, könnte man ja mal gucken, ob man dann hier... So und so. Dass man hier vielleicht ein Labor baut. Ja, oder auch zwei. Und eine Laborecke, genau, eine Laborecke macht, so nach dem Motto. So, es dauert ein bisschen, Labore dauern immer ewig. So, ihr seht hier schon, ich kann hier zum Beispiel... Oh ja, mit den elektrischen Erdgreifarmen, ne, das ist auch gut. Genau, das ist... Da kann man dann auch schön, schön sparen. Das ist jetzt zumindest mein Plan, nur der Greifarm, der will gerade nicht, das heißt, der muss ein bisschen näher ran. Und den versetze ich einfach hier hin, dann geht das. Ihr seht jetzt schön die gelben Greifarme, die sind um einige schneller. Und sind elektrisch, das heißt, wir brauchen am Ende wieder weniger Kohle, außer für unsere Schmelzöfen. Und aktuell für die alten Erzförderer hier oben, da können wir dann aber auch wieder zwei Stück bauen. Da können wir uns echt viel Kohle sparen, die wir dann vielleicht brauchen für andere Sachen. Ja. Weil hinterher, wenn wir anfangen, wirklich hier noch auszubauen, hier unten, werden wir dann wahrscheinlich bis hier oben irgendwann mal rankommen. Weil irgendwann nehmen die Stromförderer ja schon sehr viel Leistung ab, das erkennt man daran. Richtig. Das ist, wenn man über diese Leistung oder diese Förderer geht, steht da was von Elektrizität. Mit der Maus drüber geht, steht da was von Elektrizität. Wenn das hin und her schwankt, dann ist schon zu wenig Power da. Ja. Und man kann den Stromverbrauch auch tatsächlich an den einzelnen Stromnetzen ablesen. Das heißt, ich kann da draufklicken auf einen dieser Masten und sehe dann einen Graph davon, wie denn derzeit was verbraucht. Ja. So sieht's aus. Also sehr, 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 sehr komplex. Gewaltig schon. Ich hab jetzt 16 Schienen, also mir schon mal Förderer hier gebastelt. Oh, diese Fließbänder, ne? Genau. Ich hatte überlegt, dass wir halt so rechts, wo du jetzt stehst, davon im Prinzip so eine Sammelstelle vielleicht für alles auch einfach machen erstmal. Ja, man könnte auch rein theoretisch das erstmal so verbinden, dass das irgendwo in die Mitte geht, dass man einfach drankommt. Genau. Also alles theoretisch in die Mitte reingeht. Oh, oben ist Kohle ausgegangen, sehe ich gerade. Ja. Ich hab noch Kohle, ich geh mal in den Tuch. Oder wir wechseln das auch aus durch Elektrische, muss man mal gucken. Das machen wir gleich, ich brauch auf jeden Fall ja Eisen, um hier... Ich mach mal ein paar Wissenschaftspakete, damit schmeiß ich die da mal eben rein, dass wir dann schon mal weiterkommen in der Forschung. Ja. Hier ist auch die Kohle zu Ende. Also das Spiel wird halt irgendwann so komplex, dass wirklich Leute sich aufteilen müssen. Und jeder muss sozusagen so ein bisschen sein Feld machen. Der eine kümmert sich zum Beispiel erstmal um ein bisschen nochmal zusätzliche Produktion an Kupfer. Der andere muss nochmal weiter gucken, dass wir noch mehr Forschungsmaterialien zusammen bekommen und so weiter und so fort. Weil wenn sich immer auf eins, alle sich auf eins stürzen, kommen wir nicht weiter nach dem Motto, ne? Richtig. Dann wird das so komplex. So, ich baue hier zumindest schon mal den Einförderer ab wieder. Das heißt, ich hab da schon mal wieder getauscht. Ja. Wir haben gleich, glaube ich, die erste Automatisation fertig. Hier noch der zweite Automatische Erzförderer und schwupps haben wir erstmal alles außer unsere Öfen in Elektro verwendet. Genau. Weil die Elektroöfen, das dauert einen ganz kleinen Augenblick. Jetzt muss ich hier dementsprechend mal gucken, wie ich das einrichte. Hier der Elektroarm, hier die Kiste hin und da müssen wir jetzt so ein bisschen pushen. So ein bisschen schräg gebaut werden, naja, ist halt so. Mit den einfach hier außen rum machen. So, hier kommt dann also immer die Kabel hin. Da haben wir die Automatisierung abgeschlossen. Da können wir jetzt drauf gehen, dann können wir mit T in das Ding rein und dann sehen wir alles klar. Automatisierung ist abgeschlossen. Wir haben jetzt die Montagemaschine und einen langen Greifarm. Richtig. Und wir könnten jetzt mit der Logistik, die ist auch ganz wichtig, da brauchen wir 20 Wissenschaftspakete für, einen schnellen Greifarm, Teiler, Fließband und unterirdische Fließband bauen. Unterirdisch? Ganz wichtig braucht man am Ende auf jeden Fall. Ich bin einfach so voll und klick drauf. Ah, zu spät. Ich gönn dir das einfach nicht. So, wir brauchen mehr Wissenschaftspakete. Ich muss mal welche bauen. Ähm, ja, da muss ich alle bauen. Mach es. Gönn dir. So what? Ich habe übrigens hier noch, ich weiß gar nicht, ob ich das ablegen kann. Hier, guck mal. Nee, kann ich nicht. Habe ich irgendwas abgelegt? Ja, hier. Gegenstand auf dem Boden. Name elektrischer Erzförderer hier vor mir. Den kannst du ja vielleicht nochmal benutzen, falls du noch irgendwas fördern möchtest. Ja, da siehst du, diesen ganz kleinen Pixel. Äh, ja, so. Ja, alles klar. Ich brauche mehr Schienen. Maschinen. Also nicht Schienen, sondern... So, und jetzt geht es uns ja noch ganz gut. In Zukunft werden dann durch die steigende Umweltverschmutzung die außerirdischen Leberwesen auf uns aufmerksam werden. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Dann finden wir uns kacke. So richtig kacke. Aber so richtig kacke. Ähm... Ich mache hier erstmal... So Kohle läuft, haben wir mehr als genug. Können wir uns immer abschöpfen. Steine brauchen wir jetzt aktuell ja nicht so viel. Da können wir dann irgendwann, äh, zum Beispiel auch, ähm, ach, Ziegel draus machen. Und Ziegel können wir dann Wände hochziehen, wenn wir uns mal verteidigen wollen. Ja. Aber der Wildby liefert uns jetzt nicht den besten Schutz. Da wären natürlich auch alle langsamer drin und können sich auch verheddern. Aber, könnte auch schief gehen. Richtig. Äh, ich hatte jetzt erstmal überlegt, dass wir hier vielleicht ne Kisse reinklatschen. Das so machen. Genau, dann könntest du rein theoretisch auch die Asseisen da hinbringen. Genau, so war der... Ach, das passt fucking nicht. So. Und dann geht's darum, das erste Mal... Ich muss das leider so machen. Ja, mach mal. Dann geht's nämlich auch bald darum, das erste Mal Wissenschaftspaket zu automatisieren. Äh, ach ja, alt war das, um zu sehen, was geht und was geht nicht. Genau, bei alt kannst du ja alles einblenden lassen, was drin ist und was nicht. Ich nehme mal ein paar Platten und nehme vor allen Dingen nochmal... Hopp, hat er da keinen Strom mehr? Ja, ja, ist korrekt, das war ich, ähm... Du hast hier Schienen noch zwischengelagert, ne? Okay, da hätte ich fast rausgenommen, weil man... Steuerung, Klick, kann man ja alles auf einmal rausnehmen. Was da so drin liegt, das ist dann immer ein bisschen kritisch. Kritisch. Ich versuche schon mal die erste Montagereihe so ein bisschen für die... roten Wissenschaftspakete zu bauen, weil es geht mir auf den Sack. Muss man sagen, wie es ist, es geht dann auf den Keks. So, und rote Wissenschaftspakete macht man aus Kupferplatte und ein Eisenzahnrad. Das heißt, wir müssen auch erst Eisenzahnräder herstellen. Na gut, das ist ja schnell gemacht. Ja. Und mit Eisenzahnrädern und Kupferplatten kann man dann entsprechend Wissenschaftspakete bauen. So, ich knall mich hier mal jetzt lang. Alter, ist das noch weit weg. Egal, drauf geschissen. Machen das jetzt so. Wir müssen... Ihr werdet es auch ganz schnell erleben, dass wir ganz viel umbauen werden in Zukunft. Ja, wir werden immer wieder optimieren müssen. Weil wir entweder nicht genug Platz haben... Und ich brauche echt ohne Ende Eisenplatten gerade. Das heißt, also Eisenplatten wirst du jetzt erstmal gerade nicht von mir kriegen. Mobs-Mini gerade alle. Warte mal. Ich werde dein Stromnetz nochmal ganz kurz aktualisieren. Ja, mach das ruhig. Ja, zack. Noch. So, Jungs, sechs Stück müssen aber reichen hier jetzt. Jawohl. So, und schon kommt das Eisenzahnräder auch wieder hoch in die Kiste. Das ist gut. Ich brauche... Brauche ich Kupfer? Nein, warum nicht? Eisen kommt auf jeden Fall. Eisen kommt auf jeden Fall schon mal. Ich bin, ich bin gerade... Warte mal, ich mach hier mal. Aber ich werde hier einfach eine zweite Kiste machen. Dann können wir hier... Das einfach machen. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr das kackt. Ja, so. Einwandfrei. Das sieht doch gut aus. Das läuft. Das läuft bei uns. Ich habe noch ein... So. ...ein abbauen hier. Also. Aber jetzt wird es tricky. Ja, das ist tricky. Aber jetzt wird es tatsächlich leicht tricky. Weil ich ab jetzt... Logistik ist beendet worden. Du kannst ja mal gucken. Guck mal rein. Jetzt ein Tyler-Fliesband bauen muss. Soll ich einfach die Logistik 2 machen? Na, was haben wir denn noch? Oder Eisen wäre nicht schlecht. Dann können wir nämlich Stahlkisten bauen und Stahlträger, die wir sowieso später brauchen. Für 50 Wissenschaftspakete. Ja, oder Elektrotechnik. Aber das ist halt ein bisschen... Ja, oder Stahlverarbeitung, sag ich mal. Das ist auch möglich. Genau. Ähm, Stahl... Da müssen wir halt nur zusehen, dass wir das gleich automatisiert haben. Das soll nicht das Problem sein. Und hinterher können wir Elektrotechnik benutzen. Da können wir nämlich diese Filtern und Greifarmen bauen. Die filtern dann immer das raus, was man... da eben so hat. Klingt komisch, ist aber so. So, ein Tyler-Fliesband. So, und jetzt wird es gleich tricky. Also, wenn ich noch mehr Eisen habe, dann wird es trickier. So, und hier brauchen wir noch einen Ofen. Das passt. Ich baue mir jetzt hier noch eben schnell... Genau, also wir können Eisen, können wir eigentlich immer mehr als genug produzieren, weil das brauchen wir immer. Richtig. So, war auch mein Plan. Koffer ist okay gerade aktuell. Da kommt eine ganze Menge rein. Da haben wir kurze Wege. Aber beim Eisenherz können wir natürlich noch ein bisschen zulegen. So, Eisenherz, die dritte Maschine, läuft auf jeden Fall an. Und brutzelt auch. Ich wünsche mir da echt in Zukunft, dass wir das noch hinkriegen, die auch automatisch irgendwie... äh... mit Strom versorgen zu können. Kohle ist natürlich satt gerade. Das sieht jetzt alles gleich ein bisschen komisch aus, was ich hier mache. Kann ich da bitte nicht wundern. Das hat Plan und Stil. Oder so. Oder so. Oder so. So, ich könnte ja mal in der Zeit gucken. Wissenschaftspakete. Kann ich sie 7 auf jeden Fall schon mal herstellen. Sieht das gut. Können wir mal ein bisschen Eisen klauen, dann können wir noch mal 4 herstellen. Die würde ich schon mal dann wieder hier reinschubsen. Aber in der Zeit habe ich nichts zu tun. Und gucke einfach mal dem guten Grunchko, was er da überhaupt plant. Ah, Eisen kommt ja jetzt sehr, sehr gut an. Das ist super. So, was macht der gute Grunchko hier eigentlich für Müll her? Das ist eine gute Frage. Ja, ich muss näher ran. Alles klar. Genau, also das, was Grunchko jetzt hier gerade macht, das ist so ein automatisierter Herstellungsprozess, sage ich mal. Weil du kannst in den jetzigen eigenen Fabriken, die jetzt da zum Beispiel stehen, die zwei immer nur eine Sache herstellen. Zum Beispiel Zahnräder oder Laufbänder oder, oder, oder. Ich habe das in meinem privaten Spiel schon mal gemacht. Das war eine riesen Produktionsstätte. Denn am Ende geht es auch so weit, dass du diese Produktions-, also die Wissenschaftspakete auch produzieren kannst. Aber die können nur hergestellt werden mit Creme und Laufbänder, also Fließbändern. Und so wird das immer verrückter irgendwie alles. Oh ja. Verrückter wird es auf jeden Fall. Ja. Also, diese Maschine hier, die soll bitte, bitte, bitte Montagemaschine soll Zahnräder herstellen. Diese Maschine soll bitte, bitte, bitte Wissenschaftspakete herstellen. Diese Wissenschaftspakete sollen dann hinten raus, irgendwann mal, wenn sie fertig sind, über einen Greifarm. Da rein. Der, wenn man jetzt einen filternden Greifarm hätte, wäre das natürlich richtig geil. Das haben wir aber noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Genau, das haben wir noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, weil wir machen jetzt erstmal Stahlverarbeitung. Aber wir holen uns dann gleich die ganzen Sachen hier runter. So. Jetzt können wir rein theoretisch... Ich mache auf jeden Fall Kupferplatten und Eisenräder. Ich glaube, ihr habt jetzt mal eben auch was, glaube ich, rausgenommen gerade, ne? Ja. Ja. Jetzt will ich aber nicht alle Kupferplatten mehr haben. So, aus Eisen, genau. Das ist korrekt. Ich würde mir dann erlauben, einfach, wenn wir einen elektrischen Schaltkreis hätten. Wie komme ich denn auf den elektrischen Schaltkreis jetzt gerade mal eben? Achso, ich glaube, wenn ich hier oben jetzt mal ein paar Platten klaue. So, genau. So, und ihr seht jetzt schon, jetzt haben wir eine Automatisierung gemacht. Der eine Greifarm holt sich im Prinzip das raus aus der Kiste und bringt das zu den Zahnrädern. Der produziert wiederum Zahnräder, die jetzt in die nächste Produktionsstätte kommen. Und da gibt es dann, äh, ich klicke einfach mal drauf, diese Wissenschaftspakete. Crazy, crazy mofo. So, hier oben hat der gute Granschko gerade einen Teiler hingebaut. Das könnten wir natürlich hier unten auch machen. Wenn ich jetzt mal gucke, einen Teiler, ich würde das jetzt mal... Theoretisch könnte man das hier genauso tun, dass man den Teiler hier einsetzt und dann, dass man das eins zu eins hier durch die Gegend lassen lässt und hier sozusagen ein bisschen alternativ ein bisschen sammelt. Ich brauche jetzt, aber für den Teiler brauche ich... Aber wie ihr seht, das läuft. Das läuft jetzt an. Also es kann sein, dass wir irgendwann ein bisschen Überschuss haben von irgendwas. Das ist dann halt dem geschuldet, dass wir hier auch eine relativ schnelle Produktion haben. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir damit umgehen. Später kann man diese filternen Arme zum Beispiel ja machen. Guck mal, jetzt ist schon das erste Wissenschaftspaket raus. Nee, das zweite sogar schon. Ja, das geht dann doch relativ ruckzuck. Ich frage mich nur gerade, warum ich jetzt gerade keinen Teiler bauen kann. Du musst erst ein Teil entfernen und dann das andere einsetzen sozusagen. So, das ist, genau, das ist jetzt passiert. Ich würde noch ein paar Fließbänder jetzt benötigen. Das heißt, Fließbänder brauche ich noch ein bisschen preisen. Das klaue ich mir jetzt hier eben mal. Zack. Ich würde das jetzt genauso einfach hier bei dem guten Crunchcommit anschließen. Das sieht dann so aus. Korrekt. Das erste Mal. Würde man halt ein bisschen was sammeln in der Kiste. Den könnte man hier theoretisch wegnehmen. Den braucht man ja nicht mehr. Ich nehme das hier mal komplett alles weg. Der Greifarm geht aufflöten. Der Greifarm geht nämlich hier hin. Also ja, im Nachhinein betrachtet wäre es jetzt vielleicht sogar schon am Anfang klüger gewesen. Man hätte erst mal auf den, auf den, auf diesen filternden Greifarm gesetzt. Das sind so Lernprozesse, die macht man nebenbei einfach immer. Das ist so. Richtig. So what, shit happens. Ich werde auch noch welche manuell herstellen. Jetzt haben wir hier den Teiler gebaut. Ich habe im Prinzip genau das gleiche gemacht wie der gute Crunchcom. Und werde hier nochmal irgendjetzt ein Ding da hinknallen. Und dann haben wir eins zu eins einen Teiler. Das heißt, wir haben ein bisschen was für uns in der Kiste. Und ein bisschen was geht hier rauf. Weil man sieht jetzt schon, wir haben hier schon einen extrem hohen Anteil an Zahnrädern drauf. Richtig. Kann man haben, muss man aber nicht. Und ich weiß nicht. Das bedeutet, wir stellen halt immer sehr viel schneller Zahnräder her, als dass die Maschine rote Wissenschaftspakete herstellen kann. Von daher wird es dann auch immer mehr Zahnräderüberschuss geben. Das reglementiert man dann, indem man jetzt zum Beispiel schon die Eisenplatte ein bisschen abzieht. In Anführungszeichen. So, aber ich glaube, Zeit ist wieder um. Zeit ist schon wieder um. Das nächste werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Genau, wir werden dann auf jeden Fall auf den filternden Greifarm setzen. Und dann seht ihr, wie das hier oben automatisch dann läuft. Das bleibt ja auch nicht bei den roten Wissenschaftspaketen, sondern da kommen auch noch grüne und alles andere mögliche dazu. Und dann wird es noch freakiger. So, Abschlusswort machst du. Alles klar. Ja, dann haut rein, lasst die Daumen oben da. Wenn es euch Spaß gemacht hat, auch gerne kommentieren, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wir sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Richtig. Als Meister. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Wir sagen, haut rein, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.